Ähm... Gadget. Azur-Core auf jeden Fall. Ein bisschen Schilde machen. Schilde, 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 Schilde. Wollen wir Sticky meinen als erstes? Ja. Ich will hier den Skin in Rot haben. Den gab's früher bei Paragon, gab's genau den hier in Rot. Den hätte ich gerne, der ist geil. Und der Original-Skin kommt ja bald wieder zurück von Gadget. Dann kann man sie ohne Rüstung spielen, wie Zero Suit Samus bei Smash. So, geistig Cent. Okay, wir haben ein Duell. Lass uns mal hüpfen hier. Lass uns mal ein bisschen hüpfen, ein bisschen dancen. I love how you equate me, getting angry at your stupid place to me, being a kid. IQ through the roof here. That being said. Let's play and look out for each other's retreats. Just play, kiddo. Die haben sich wieder direkt alle lieb hier. Have a hat! Have a hat! Jo, da sag ich getroffen. Bil, 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 bil. Meine Passiv ist skaliert mit Mana, ja, okay. Okay. Wer nicht getroffen. Ich dachte, der wollte mich da, das ist dann. Try this on! Uh, kriegt der den? Have a hat! Have a hat! Have a hat! Nice! Nicht nice. Nice! Der ist tot, oder? Hehehehe. Gadget broken, oder was? So, gib mir ein bisschen Mana. Ein bisschen Leben. So, jetzt weiß ich nicht, ob links der, äh, Bwabwabwabw noch am Start ist. Der ist noch am Start. Achtung, on the way left. Der ist Level 3. Kill den. Hat gut funktioniert. Ich hau ab. Mitte ist miss. Mega-Cosm können wir bauen. Nee! Ich will nicht Mega-Cosm bauen. Ich will, ich will, ich will Dings bauen. Äh, Korsdika. Combustion meine ich, sorry. So. Auf jeden Fall. Careful, right lane auf jeden Fall. Counter-Test kommt. Ah, blöde Sau. Die müssen auch passen, da. Counter-Test. Ich hasse Argus. Ist der das eigentlich? Schau mal hier an Bord, glaube ich. Oi. Argus. Ist der fiese Möp, sag ich da. Er hat keinen Mana mehr. Das ist doch ein Zeichen genug. Oooo. M.T. Holt den Double-Kill. M.T. Fick den Kill. Hab ich. Ich muss jetzt... Oh. Ich muss zu ulten. Hab ich. Ach, scheiße. Ich bin tot. Okay, ein bisschen left lane. Schön. Schön. Nicht so geil. Wir haben kein Wort am Raptor. Schwierig. 5-4. Strand überbewertet. Lieber einen Pool. Einfach im Urlaub stornieren und zocken. So einfach. Wäre geil, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Holland. Ich finde es halt nur kacke, dass es genau dann ist, wenn das... Wenn Pratt in 1.0 geht. Bitte da oben drauf. Oh, Feng Mao hat ein Problem. Seek and destroy. Alter, der hat so einen starken Wave-Clear. Ja, alles. Okay. Feng Mao tot. Hm. Ultimate is ready. Oh, was kriegst du? Geh'n die an den Raptor jetzt? Wir sind am Raptor dran. Scheiße. Ich hab'n nicht gekriegt. Uh, Feng hat 2 bekommen. 2-4-2 aktuell. Wo ist unser Carry? Ist nicht am Start. Okay. 2-4-2. Leider hat ein Raptor nicht gekriegt. Okay, jetzt steh' ich 2-2-3. Gehen wir mal auf Megacosm. Und dann baue ich, glaube ich, mein Item aus. Holland, also geht's ne Woche kiffen? Ne, ich kiff nicht. Außerdem kann ich kiffen auch in Deutschland, hä? Patty, was geht? Du warst legal, mein Freund. Wir haben Shisha im Start. Das reicht. Holy shit. Kann der Feng bitte was machen? Ach, Scheiße. Ravage! Fäng jetzt einleifend über der Sereth. Da müsst ihr die ja wohl packen. Ich wollte mir cool, dann Redaktion. Ach, du Scheiße. Okay. Man holt jetzt ein... Ja, back to the garage. Careful, right lane. Back to the garage. Ich muss sagen, Gadget fühlt sich richtig gut an. Die ist nicht so schnell tot, finde ich. Und man kommt relativ gut weg, weil man eben nen Root und nen Slow hat. So, Worden nicht vergessen. Oh, der hat echt kassiert jetzt. Schöner Double Kill. I like that. Nein. Oh, ich hab das Mini nicht gekriegt. Können wir nicht Mini Orb machen? Warum machen wir nie Mini Orb? Weil wir wieder diesen komischen Jungler haben. Happy hunting. Oh. Ich hab hier sie nicht mehr gehört. Hehehe. Ich hab mal einen Flash gekriegt. Aber nicht den Kill. Die Bock bauen. Und wir haben endlich den Mini-Prime bekommen. Ich bin Level 10. Ich hab höchste Level im Game. Das ist gut. Ah, die machen den Tower. Da kann ich auch nichts machen, wenn die nicht auf der Lane sind. Ich müsste es für den Raptor-Ready machen. Ich bin Level 10. Ein bisschen Lifestyle wäre halt geil. Es müsste, also so Magical Lifestyle. Klein bisschen einfach nur, dass man sich die ganze Zeit so ein bisschen hochheilen kann. Die haben direkt Raptor gemacht. Der ist auch Toddirektor. Äh, der Stil. Sehr gut. några. Ultimate ready Hat gar keine Leben mehr Sie ist tot Einfach Ulti auf den Kopf stellen und let's go Brutzel, Brutzel, Brutzel Back to the garage So Haben wir mal Megacosm Jetzt baue ich mal hier mein Item aus, dass ich ein bisschen mehr Cooldown Reduction bekomme Cooldown Reduction auf jeden Fall wichtig Und dann muss ich mal gucken, was ich noch baue Vielleicht Noxia Vielleicht die Slow Item Loh, ich hab ihn getroffen Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Was ist das? Was ist das? Du bist tot, oder? Jawoll! Aber Thymblast hat überlebt. Schade. Okay. Ich konnte zum Glück noch eine Q rausdrücken. Ähm, was wird denn noch recommended? Wraith Leggins ist natürlich geil, Korsiga wäre noch. Sick. Was ist mit Noxia? Noxia gibt mir keinen Mana. Soulbinder wäre noch cool gewesen, aber es ist zu spät. Greenbinder? Nee, Leben und so. Ich glaube, Korsiga ist mir erstmal ganz gut. Anti-Heal wäre noch top. Gegen Countess. Vielleicht auch sogar... Ah, die hat auch Skysplitter. Vielleicht baue ich erst noch Anti-Heal. Und den hat noch keine Rüstung gebaut. Okay, dann gehe ich noch auf Tainted Zepter. Gegen den Countess-Heal. Countess-Heal. Seraph-Heal. Ah, wer hat denn besser einen Wave-Healer, hä? Ich habe meinen Tesla-Dome wieder ready. So, wir müssen auf jeden Fall den nächsten Raptor bekommen. Oh. Oh. Überlebt er das? Komm, bitte. Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall, auf jeden Fall den Raptor machen. Alter, ich werde einfach Gadget-Main. Ah, was ist da oben? Schüttel eine Bombe rein. Mike. Ich wollte die Routen. Ich habe nicht Mana. Beep, 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 beep. Alter, wie viel Mana ich auch habe. Ich habe einfach unendlich Mana. Seek and Destroyed. Ich brauche unbedingt Mana. Mana, Mana. Ich glaube, ich gehe nach links. Ich weiß nicht, ob der Peng Mao in der Zeit backportet oder hinkommt. Ne, die Wave müsste in den Tower crashen. Ah, ganz knapp. Ich habe echt ganz wenig Mana. Time to head back. Bisschen Anti-Heal kaufen. Sehr gut. Kira hat ein Problem. Die wird gematscht. Tyrus ist immer noch links. Aber es ist schon einer wie über ihm. Oder hier. Über ihr. Magnify neue Tag. Ich glaube nicht. Den war auch tot. Ein Leute tot. Ein Leute tot. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie kommen die alle von rechts hier rüber? Und warum hat die Seroths das überlebt? Weil die von S hat ja die Mütze auf. Nicht die Seroths leider. Ihr seid ein bisschen getrennt jetzt. Wartet auf Fang. Fang geht da rein und stirbt. Fang killt aber noch einen. Okay, muss sterben. Sehr gut. Countess. Schön. Schöne Ulf. Schöner Silence. Und let's go. Ihr habt noch ADC, ihr habt einen Heiler. Heiler, wenn ich kann tanken. Ihr habt einen Jungler. Alles was man braucht. Coffee now. Die haben keinen Smite, also. Und Smite. Ja, hab hier jemand geschossen. Okay. Jetzt noch zwei Raptors. Wäre cool. Ich verbrauche gar keinen Mana mit Gadgets. Das ist crazy. Guck mal, ich kann, wie ich meine Attacken raushauen kann. Ich meine, ich hab Prime so. Den zweiten kann er haben. Ich hab mal den gleichen Buff bekommen. Ich hab mal den gleichen Buff bekommen. Boah. 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 Hattest du Leben wieder bekommen. Nein! Jetzt so wenig Leben. Ich muss eigentlich das Ding hier machen. Aber schaffen wir das nicht. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich bin tot, aber egal, ich habe den Inip. Ich wollte nur den Inip haben. So, Korsika, let's go. Okay, wir haben zwei Inips gekriegt. Mein Tower steht immer noch. Holt euch die Riverbabs und dann geht es auf. Auf den Superfang. Zwei Leute da. Ich würde den nicht fangen. Ja, oder die pushen Mitte durch. Die machen den Fang. Holt euch lieber den T2. Und den dritten Inip. Ja, jetzt haben sie ein Problem. Die hätten in der Zeit den Inip holen können. Hey, ready when you are. Jetzt wird den dritten Fang, wird es übel für uns. Infernum für das gewisse Etwas. Du spinnst doch. Was schlägst du mir für Sachen vor? Und die Prime machen. Ich reine es doch gar nicht ab. Ich reine es doch gar nicht ab. Careful, left lane, Mitte ist miss. Wir müssen den nächsten Prime kriegen und dann spawnen aber auch Eugenics wieder, hier sind alle. Viel Spaß mit dem Hütchen. Yo, alter. This is nice. Hm. Viel Spaß mit dem Hut. Alter, knispelt der rein. Haben wir auch? Oh, der ist so low. Jawoll. Mein Mana geht einfach nicht leer, das ist so krass. Alter, ich schieße die, ich schieße die sogar zu. Okay, wir gehen an Prime. Der ist tot. Er hat überlebt. Er hat auch nicht überlebt. Ach, der E-Nip wieder, wir müssen die E-Nips machen. Oh, die gehen an der Rechte. Ich bin nicht geholtert. Nicht geholtert. So, Fang macht das Ding. Let's go, let's go, let's go. Okay, der rechten Ende waren wir. Alter, wie wir gesiegt haben. Ich habe mein ganzes Mana leer gesiegt. Ich bin sowas von oben. Ich kann keine einzige Attacke mehr machen. Ich habe auch nicht viel Mana regt leider. Äh, letztes Item. Raids, Legends, let's go. Ich denke, das dürfte der Win sein. Wir haben keine Minions. Ah, es leben noch zwei. Ach, die sterben alle so krass. Shit! Hallo, lieber Stil. Hallo, lieber Stil. Hallo, lieber Stil. Ich hab nicht mal den Black Buff bekommen, leider. Können wir das Ding machen? Wir machen den einfach. Können den nicht machen, weil keiner mitkommt. Loll, der hat den noch kassiert. Okay, kriegen's irgendwie nicht gefinisht. Wir haben keine Handips, wir müssen jetzt mal was starten hier. Wir müssen jetzt mal sammeln, mal die Lanes pushen und was starten. Ich brauche nur eine hier. Holy shit. Der stirbt, oder? Oh. Oh. Boah, wir müssen die mal finishen. Warum... Dang. Alter. Alter. Der rennt da überall rum. Jetzt hab ich das Ding auf meinem Kopf. Übel. Wenigstens haben die Gegner den Dings nicht gemacht. Nach deren rechter Indip ist wieder da. Hydratulala. Die haben alle Indips wieder. Einfach alles pushen jetzt. Die Indips und den können wir einfach machen. Dann mach ich den hier. Am linken Ende können wir noch bekommen. Okay. Okay. Der ist tot. Der linke Indip ist einfach wieder da. Der linke Indip ist einfach wieder da. Okay, das war's jetzt aber. Nur noch für den Blas. Ah, Gott sei Dank. Boah, richtige Pratt Fiesta, da sagst du was. Riktor smited in Riverbuff. Hahahaha. Heldenanfrage Gadget. Willst du nochmal Gadget spielen? Das machst du so. Ich spame Q. Alter Schwede. 18-7. Die hat einfach 26 Assists. Also Gadget war schon insane krass. Der hat 347 Last Hits. Wofür so viel? Ach, viel zu viel. Ich bin Don. Dieses Team macht mich fertig. Lol. Ah, ja, ja. So. Go, go Gadgetto. Was machen wir denn? Azuko ist eigentlich ziemlich nice gewesen. Boah, ich muss wieder Anti-Heal bauen auf jeden Fall. Die haben Muriel, Grux und Chimera. Baue ich drittes Item Anti-Heal, würde ich sagen. Oder vielleicht zwei... Ja. Don't feed mit. Ähm. Also, ich gehe auf jeden Fall dazu. Co. erstes Item. Zweite Item. Könnte ich schon Anti-Heal bauen, aber ich glaube, zweites Item ist ein bisschen zu früh, weil es ist Chimera und Grux. Baue ich eigentlich erst im Teamfight. Ich glaube, drittes Item baue ich Anti-Heal. Gehe zweites Item trotzdem Combustion und dann drittes Item Tainted Zepter. Und dann Mega-Cosm. Ich glaube, das wird so die richtige Reihenfolge sein. Hauptsache Q-Spam, so ist es immer Q drauf. Was gibt denn eigentlich sehr viel? Es gibt 15 Ability-Haste und auch Ability-Haste. Es gibt kein Ability-Haste. Es gibt auch kein Ability-Haste. Aber eigentlich nur Ability-Haste. Ich will crush you. Ich will crush you. Kommt hier rein. Have a head! Have a head! Junge! Der ist ja richtig crazy drauf, der geht in. Was war kurz da oben worden? Eine Sekunde. Oh, was war das? Ach, das war mein Schild, glaube ich. Ist doch was? Wie auch einfach nicht Crawl. Wer hat das. cola-Ea-Fa-Hst. temporal Wo Eight! Have a head! Close, Marcel. gummy furbrechen. Not Beyonce yang當ą! Have a head! Die Frage, ist jetzt hier der Jungler? Nö. Jetzt hat er so ein dreckiges Schild. Ich habe nicht so viele Wards hier. Try this on! Das ist eigentlich auch bald mal weg. Ach du Scheiße. Den kriegst du, den kriegst du! Nein! Greystone! Okay, nice. Okay. Danke fürs Farm-Clauen. Warum kein Astral gegen Muriel? Könnte ich auch bauen. Aber ich muss trotzdem erst mal Anti-Heal bauen dann und Combustion. Jay und Neft sind die einzigen Paragon-Spieler. Aber Neft hat 110 Games weniger als Jay. Krass. 110 Games ist schon... Das sind 50 Spielstunden fast. Ja, obwohl... Ja, so sind 50... 40, 50 Spielstunden. Je nachdem. Ohne Wartezeiten. Das ist gut. Ohne. retard Was?! Ach du Scheiße, Bimblast ist noch da. Ja, er springt einfach um die Ecke. Ja, kommt einfach die Duolang-Ganken hier rüber. Ist cool. Jack, Pferdeschwanz, Alter. Neff hat 150 und der hat über 2000... Was? Ja, gut. Sehr nice. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Ich geh mal rechtzeitig... Ich bin vor der eigentliche Verschanz. Ich gehe mal rechtzeitig. Ich gehe mal rechtzeitig. Ich unterstütze euch... ich mache den immer so weit nach oben ich will eigentlich gern den raptor machen aber rayson ist nicht mehr da seek and destroyed kennst du jack nicht aus folgt ne sagt mir nix als der mini prime gemacht kamera alleine hey jungen nein warum ist er da nicht reingefallen jetzt sammelt er die ganzen sammelt er die ganzen river buffs ein ist natürlich nicht geil jetzt hat das wieder sehr viel mana ein bisschen mehr damage Nein, genau jetzt habe ich meine Ulti gedrückt Ich dachte, wir können da was regeln mit Greystone Nein, oh shit Schade Ich brauche noch 100 Gold Ich brauche noch 100 Gold Wir sind am Raptor dran jetzt Ich kann da eh nichts machen Muriel ultet Oh, da rüber Pass Und die haben den Raptor gesiegt Egal, der läuft rum und killt einfach alle Der hat 7-1 Ah, eine andere Runde, Bruder Äh, andere Richtung Alter Wer geht hierin lebt immer noch Was machen die? What the fuck Oder der, äh Der Nabelsch hat gewartet, dass Mörder kommt Wegen dem Kill Weil der G, den hat ja gar kein Mana gehabt Ja, das kannst du haben Oh nein Leute, ich hab den voll runtergeboxt Hab ich aber nett Böser, böser Gideon Ich versuche Ach, ich hab keine Minions Scheiße Ja, jetzt Er hat den vorher gestunnt Und jetzt hat er noch seine Ulti wahrscheinlich Okay Ah, hier Und hier ein bisschen Farm Back to the garage So, jetzt kaufe ich mal Anti hier gegen den Chimera Und Grux Und Muriel Alle, die es gibt Jack hat den Fall by Sparrow gezockt Okay Einfach mal 2 gegen 1 Mitteln dominiert Ja, das war krass, oder? Ich sag, Gadget ist schon ein Strunk Ich hab ein Level mehr als Skidien Ach, du Scheiße Ja, das kannst du haben Das hab ich für dich auch bewahrt Ups Ich bin auf die Tasse gekommen Lol Das war dumm Ah, wir sind ja 100 Leute hier Lass doch mal ein bisschen Mana holen Ich hab gern Lifestyle, Alter Das wär so geil Ich hab mich die ganze Zeit wieder mit jeder Mine ein bisschen heilen würde Komme Könnt ihr den Turm da mit rein? Wie soll da eigentlich auf den Kopf von Primera gehen? So, sehr nice Geht hierhin kommt glaub ich wieder Da ist er Seh nicht Jetzt geht in linke Lane gegangen Ne, da ist er Laptor ist ab, Leute Da ist schon wieder Half-Life Nein Mit seinem Hammer hat er mich gekillt Okay, ich baue jetzt Azuko aus Er hat sein Crest gemacht Ah, geh doch außen rum Das war Ne gute Uzi von ihm Jo Feiname Wieder klasse Kaffee? Bisschen Kaffee Die haben den Chimera einfach weitermachen lassen Anstatt dass sie außen rumlaufen Vielleicht der Tower fällt vielleicht auch Okay, habt ihr ein Video gerade geschaut Interessant Also die Berechnung habe ich verstanden Aber wenn zum Beispiel ein Gold 2 mit einem Platin 2 gematcht wird Bedeutet das eigentlich, dass von Gold 2 sein internes Matchmaking höher ist Als sein aktueller Rang Oder dass das von dem Platin-Spieler niedriger ist Kann ja in beide Richtungen gehen Ja Wahrscheinlich treffen die sich da irgendwo in der Mitte Mitte läuft doch Also der Gegner mit Tower ist weg Meiner steht noch Loll Jetzt kriegt er noch eine Ultimate Ich bin sowas von tot Krabbisch Holy shit Jawoll Muriel ist auch noch tot Oh, ich brauche unbedingt mein Oh, Tim, lass da wieder hin Ich brauche unbedingt mein Voll ausgebautes Schlöckchen Bruder, was bist du für einer? So sieht's aus Aber eigentlich noch 200 Gold Kriege ich irgendwo 200 Gold her? Ich hoffe, da steht eine Damage-Zahl von jenseits der 50.000 bei mir Aber warte mal ab Wie viel Minion-Damage ich mache Ich hoffe, die machen jetzt nicht den dritten Raptor gleich So, die wichtigen Items habe ich eigentlich gebaut Ähm, Astralkatalyst Gegen Schilde Könnte ich mal bauen Dann habe ich auch öfter meine Ultimate Und das macht ja auch ordentlichen Damage Marduk hat ein Problem Marduk ist aber rausgekriegt Junge, Junge, Junge Er ist tot Bruder, drück doch deine Ultimate Nein Nein Hinterher Nice Aber mein Tower ist jetzt weg Ja, komm, es sind drei tot Aber wir haben alle wenig Leben Und der Grax ist noch full life Ich bin instant geplatzt Komm, der muss sterben Okay Alter, bin ich geplatzt Hä? Der Raptor ist weg bei mir Okay Jetzt ist er wirklich weg Okay 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 Das war's für heute. Okay. 2, 3, 7. Gideon hat 3, 5, 9, 4. Das ist natürlich sick. Ich habe hier wieder Angst vor bösen Chimeras. Ach du Scheiße. Böse Chimeras. Überall. Hm. Wir haben alle River Buffs. Oh, einer ist da runtergesprungen. Boah, geile Ultimate. Ach du Scheiße. Das sind alle tot. Ich habe schon Anti-Heal. Der hat sich trotzdem tot. Der hoch. Ich glaube, ich brauche Durchdringung. Aber er hat noch gar keine Rüstung gebaut. Eigentlich nur gegen Leben. Dann baue ich Mega-Cosm. Er hat eigentlich nur Leben gebaut. Ich bin auf Prime. Ich bin auf der Towerwege. 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 Ich brauche unbedingt Megacosms, hilft ja alles nix. LOL! What? Irgendwie haben wir zu wenig Schaden. Okay, ich dachte, mein Wälder wäre gut. Aber seiner ist krass. Brutzel, brutzel, brutzel. Ja, ist unser Jungler tot? Und die haben Prime und der Raptor ist ab, der dritte. Er ist tot. Kann nix machen. Die machen mit uns, was sie wollen. Oh, wie gut. Konnt nicht mal mehr mein Dings drücken. Oh! Die stehen halt sehr out of position, alle. Jungler lässt sich catchen im River. Dann kommt Murdoch nicht von der Lane runter, um zu helfen. Dann rennen die zum Murdoch in den Jungle, weil er nicht vorher kam. Ja. 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 Schön, Megac. Wir haben ein Ende bekommen. Die haben einen Endep, wir haben einen Endep. Wir haben einen Kill mehr. Problem ist, dass sie drei Raptors haben. Unsere Terra muss das Carrying. Der hat echt viele Leben hier. Also ich muss jetzt echt priorisieren, dass mein Megacoson fertig wird. Dass ich den Chimera mal irgendwie totkriegen kann. Guck, ich mach dem fast gar keinen Schaden. Das ist schon wieder alle auf der Midlane hier. Also der Chimera ist ein Problem und der hat eigentlich nur physische Rüstung und Leben. 900 Gold noch. Wir kriegen halt keinen Teamfight zustande, weil immer sich jemand irgendwo catchen lässt. Alter. 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 Das war meine Ulti, um die Minions wegzumachen. Holy Shiiiit! Okay, sind fast alle tot. What? Kill den Typ doch! Deffen, 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 Deffen! Okay, ich hab Mega-Chorsem. Glaub ich geh noch auf Caustica. Ja doch. Geh hin. Geh hin, wir können Deffen. Nabisch ist gleich wieder da. Noch 30 Sekunden Zeit. Hat der Lifestil? Murdoch hat bisschen Lifestil. Nabisch da, Greystone ist da. Furiel kommt. Die hätten auch noch... Die Sekunden warten können, aber... Passt schon. Wir müssen erstmal die Lanes alle pushen, Leute. Wir müssen die Lanes. Wir müssen die Lanes. Wir müssen die Lanes. ... Aber? Gut. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Wir haben Narbesch dabei, Leute. Geh weg. Versuch ganz schnell zurückzukommen. Okay, jetzt kann ich schon mal ein bisschen... ...ein bisschen Rüstung ignorieren. So, ich pusche links aus. Wir müssen halt jetzt noch den dritten Raptor kriegen. Das wäre gut, dann wäre es wieder sehr, sehr ausgeklicken. Oh krass. Okay, so weit ging das Ding jetzt nicht. Das ist so wie ein Brave hier. Ein Surfer-Traum. So viel Geld. 1600, dann habe ich mein letztes Item fertig. Wir brauchen Narbesch auf jeden Fall. War gut, dass der Gideon seine Ultimate nicht richtig rausbekommen hat. Irgendwie durch vielleicht Silence oder so. Achso. Ich kann ja gar nicht mehr schießen. Alter. Alter. Gib ihm. Jawoll. Ich hab ihn noch gefreezed. Wir haben gewonnen, Leute. Alter. Ist Wraith Legends nicht besser als Caustica? Kann auch sein, ja. Wraith Legends wäre besser gewesen, glaube ich, als Caustica. Hast recht. Ah, Hallöchen, wie läuft Platin so? I don't know, ist ja gerade casual. Ach du Scheiße, ey. Unser Murdoch hat 17,5. Deren Grux hat er richtig reingeschissen mit 1,13. Holy shit. War Astral Worth? Kann ich nicht sagen. Da bräuchte ich einen Vergleich. Das bringt halt nur was gegen Muriel-Schilder, ne? Aber dafür hatte ich meine Ultimate öfter, also. 69.000. 50 wolltest du haben, Kev. Ist 69.000 okay? Ich meine, es sind 80 weniger als letzte Runde. 69.921, also rund wieder 70k wie letzte Runde. GG.